88% meiner Zuschauer haben kein Abo. Um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und nehmt als Dank die Glocke mit. Und wenn euch das Video gefällt, zeigt es mit eurem Daumen. Ach, und wenn wir gerade schon dabei sind, folgt mir auch auf Instagram, Facebook, Twitter und Twitch. Danke für euren Support. So, aus beiden Divisions und somit herzlich willkommen zurück zu Monster Energy Supercross 2. Ich hab die... Was macht denn der da? Hier auf dem Vorderrad fahren. Ich hab die Phasen-Physik noch drin gelassen. Er hat auch immer in die Kommentare reingeschrieben, ich sollte sie drin lassen. Man gewöhnt sich relativ schnell dran und man könnte damit auch besser fahren. Und ich muss selber dazu sagen, so ein bisschen hab ich dem Kommentar Glauben geschenkt. Ganz einfach, es ist natürlich ein krasser Umstieg von normal auf fortgeschritten von die Fahrphysik, die Einstellung. Aber ich fand's auch dann ein bisschen übel, als ich damals von fortgeschritten wieder zurück auf normal bin. Und ja, man... Es ist halt einfach... Klar, es ist ein bisschen realistischer alles, aber das Bike kontrolliert... Oder man kann's auch besser kontrollieren. Wobei man halt natürlich auch ein bisschen aufpassen muss. Es gibt halt auch manche Aktionen, die dadurch halt auch härter werden. Gerade wenn man irgendwie so, sag ich mal, blöd mit dem Hinterrad... So wie hier gerade, so ein bisschen mit dem Hinterrad auf dem obersten Punkt von einem Hügel aufkommt. Und man dann so nach vorne quasi gefetzt wird. Da ist natürlich mit fortgeschrittener Physik natürlich noch mal ein bisschen übler. Aber, wir schauen mal. Wir sind Platz drei. Ich hab jetzt mich jetzt auch noch gar nicht so extrem aufs Fahren konzentriert. Ich finde es auch so persönlich, ich hab jetzt gar nicht mehr so ein Problem damit. Hier mit der fortgeschrittenen Fahrphysik. Muss ich auch ein bisschen dazu sagen? Ja, okay, hier ein bisschen mit den Geschwindigkeiten war halt wohl ein bisschen das Problem. Aber rein vom Fahren her jetzt nicht. Ich hätte jetzt wieder so ein bisschen das Problem, wenn ich jetzt wieder zurückgehen würde. Würde ich jetzt mal wirklich so behaupten. Und das hatte ich das letzte Mal eigentlich auch. Also so... Das Rennen war da so am Anfang so katastrophal, weil ich hochgestellt hab. Und Richtung Ende ging's dann einigermaßen. Und dann war das nächste Rennen wieder katastrophal, weil ich wieder zurückgestellt hab. Also, lassen wir mal fortgeschritten einfach mal drin. Guck mal, das sieht doch jetzt hier ganz okay aus, oder? Platz eins, die Sekunde Vorsprung. Will ich jetzt nicht sagen, das ist nur wegen der Fahrphysik so, dass ich da jetzt mega krass geil drauf klarkomme. Äh, aber... Kann auch natürlich ein bisschen die Strecke sein. Ich finde es, die Strecke hat jetzt auch... Geht einigermaßen. Also, hier komm ich meistens ein bisschen schlecht durch. Wobei das jetzt grad ganz gut war. Okay, hier natürlich war es ein bisschen blöd. Aber ich denk mal... Ja, mit... Mit... Mit einer Sekunde. Weiß nicht, ob sie da noch so großartig nach vorne kommen. Ja, wir... Wir probieren unser Glück. Guck, sieht richtig gut aus. Vor allem Richtung Ende noch so. Äh, bleibt. Let's take a look at the results from the session. The top-ranking riders will continue on to the main event for the East-West-Showdown. Wuch, war doch richtig gut. Hab' ich eigentlich noch nicht mal richtig angestrengt. Hab' ja viel geredet, nicht viel, äh... Mich eigentlich aufs Fahren konzentriert. Und es ging gut ab schon. Welcome to Lucas Oil Stadium in Indianapolis for Round Number 12 of Monster Energy AMA Supercross and FIM World Championship. Ja, aber wir haben doch... Das nächste Rennen ist doch nicht in Vegas. Ich glaube, die sagen das jedes Mal falsch. Weil eigentlich haben wir noch zwei Rennen. Also wir haben dieses Rennen. Wir haben, glaub' das nächste Rennen. Und dann in Vegas. Oder haben wir noch zwei zwischendrin. Also jetzt das. Und dann zu Vegas nochmal zwei. Guck mal hier. Fährt manchmal so voll gegen das Monsterschild. Da sollen wir so ein bisschen ausweichen. Ich würde selber auch jetzt nicht gar nicht so ganz weit links fahren oder so, sondern ein bisschen weiter in... Äh, innen, ja. Weiter in der Mitte. Schon nach innen gerichtet. Aber ein bisschen mittig, damit man besser in die Kurve kommt. Oder man kann auch ein bisschen länger schnell fahren. Oh, Alter. Ich hab' losgelassen und hab' gedacht, so fuck, es war zu spät. Und dann ist grad' noch das Gate gedroppt. Oh, 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 oh. Ui, ui, ui. Weit rausgekommen eigentlich, gell? Hätt' ja fast noch den Haulshot verloren. So, guck, das meine ich jetzt. Wow. Habt ihr das gesehen, wie es so hin und her ist? Das ist halt natürlich bei der fortgeschrittenen Fahrphysik. Das wär' jetzt nicht ganz so schlimm gewesen, wenn wir das normale eingestellt hätten. Aber es geht trotzdem einigermaßen. Wenn man sich wirklich ein bisschen dran gewöhnt hat, dann geht das ganz gut, Leute. Ich weiß gar nicht, bringt das auch irgendwie mehr Credits, mehr Prestigepunkte oder so? Ich weiß es gar nicht. Wär' doch eigentlich auch sinnvoll. Aber ich weiß jetzt nicht, was das ausmacht. Oder ob's was ausmacht. Aber theoretisch sollte es, glaub' schon. Da können wir vielleicht mal am Ende vom Rennen schauen, ob irgendwas Spezielles dran steht. Alter, war auch ein bisschen schräg. So, der hat ja was gesagt mit... Ach, nee, kacke. Weil er ja gesagt hat, wir haben ein spezielles Rennen. Da hab' ich zuerst an Triple Crown gedacht. Aber dann halt einfach nur, dass aus beiden Divisions die Fahrer mit dabei sind. Also doppelt so viele Fahrer. Und dann hab' ich mir grad gedacht, schaut mal auf die Zeit, Leute. Und ich hab' mir so gedacht so... Ja, dann ist's ja doch Triple Crown, oder? Rein von der Main Event Zeit. Aber ich hab' nicht mehr zurückgestellt. Fällt mir gerade so auf. Ich hab' Fahrphysik nicht zurückgestellt. Okay, das war dann auch so geplant. Aber die Renn-Distanz sollte man wieder hochstellen. Das hab' ich jetzt gerade jetzt gemerkt. Dass man da... Ja, okay. Dann wird's heute ein bisschen ein schnelleres Rennen. Aber... Na gut. Das war jetzt nicht meine Absicht, Leute. Tut mir sorry. Aber es läuft ganz gut eigentlich. Wobei, guck mal, so wie wir jetzt vorne sind. Also hätten wir jetzt doch noch ein langes Rennen gehabt. Hätte das jetzt auch nicht so viel Unterschied gemacht. Dann wär' ich halt ein paar Runden länger vorne rumgefahren. Oh, oh, oh. Nicht, dass ich hier irgendwie als Abkürz nur so zählte. Und dann werd' ich zurückgesetzt. So. Ah. Ah, hier nicht so ganz. Hier noch ein bisschen rüber. Okay, jetzt machen wir doch noch hier ein bisschen Kacke. Oh, neue Zeit. 50, 581. Was hatten wir? Was hatten wir im Qualifahren? Ich weiß es gar nicht. Irgendwie hab' ich 56 im Kopf oder so. Oder waren's 5,6? Ich weiß nicht. Weil 56 wär' ein bisschen hart. Wir haben jetzt 5,5 Sekunden schneller als im Qualifahren. Das glaub' ich jetzt auch nicht unbedingt. Wobei die andere so... Okay, nee, ist nur der Abstand. Also nicht, dass wir den jetzt... Oh, jetzt wollt' ich hier unbedingt einen Scrub machen. Und hab' jetzt leider nicht mehr ganz drauf geachtet, wie ich abspringe. Abspringen. War mir der Scrub fast schon wichtiger, aber... Na gut. Ich fahr' hier immer so knapp. Guck mal, ich hatte den Sturz und jetzt sind wir mal bei 11 Sekunden. Wir fahren mal bei 6 Sekunden. Ich flieg' hin und der Abstand wird größer. Das kenn' ich halt, wenn ich hinten bin, aber nicht, wenn ich vorne bin. Leute. 8 Sekunden. Okay. Hat sich trotzdem... ... hier nochmal vergrößert. Oh, das... Okay, das war ein bisschen zu viel. Da muss man das ein bisschen gucken. Gerade im Drift oder so. Muss man gucken. Das ist da natürlich jetzt ein bisschen extremer. Wir können's hier mal... Oh, Alter. Da hat man schon gemerkt, man kann... ... bei der normalen Fahrphysik kann man da durchziehen. Da passiert eigentlich nicht viel. Aber hier darf man's... Mit der Fortgeschrittenen darf man nicht übertreiben. So, jetzt hat man zwei Sturze. Jetzt sind sie mal endlich näher rangekommen. Ah, keine schöne Landung. Und ich verliere gleich noch meine Position. Wir sind ja in der letzten Runde. Und ich riskiere ganz schön viel. Aber jetzt ist es wieder sieben. Gerade vorhin war es noch zwei. Oder drei Sekunden. Zwei bis drei Sekunden. Einmal so rum. So. Ja, das war jetzt leider ein bisschen sehr, sehr schnell, Leute. Wie gesagt, es war keine Absicht. Eigentlich. Ja, eigentlich hab ich... ... halt wirklich nicht dran gedacht. Ich hab gedacht, so, kaum Fahrphysik lasst man so, wie sie davor war. Aber ich hab halt nicht dran gedacht, dass ich die Rennestands auf kurz gestellt hab. Ja, okay, punktemäßig. Ja. Aber guck mal hier. Wir haben noch zwei Rennen, bevor Vegas kommt. Und er hat gesagt, jetzt kommt dann Vegas. Also irgendwie... Da sind wir aber halt auch weit voraus, gell. Ist die Frage, die Schwierigkeit ist gerade mal nach oben tun. Wir können ein bisschen was riskieren. Also, klar, ich hab jetzt nochmal hier die Saison gemacht wegen dem Achievement. Aber guck mal, ich bin jetzt 40 Punkte voraus. Kann ich mir noch überlegen. Bis zum nächsten Part. Und bis dahin wieder. Schauen und... ... ... Okay. Au.